Passau, Florian Silbereisen hat ein neues Duett auf den Markt gebracht, doch nicht etwa mit Beatrice Egli, sondern mit Anna Amakova. Florian Silbereisen, Duett mit Anna Amakova offiziell erschienen. Florian Silbereisen, 42, hat es wieder getan, er hat ein neues Duett auf den Markt gebracht. Nachdem er 2023 mit Beatrice Egli, 35, den Song Das Wissen Novi veröffentlicht hat, schnappte er sich nun Newcomerin Anna Amakova, 24. Ganz neu dürfte den Fans das Lied von Silbereisen und der Tochter von Boris Becker nicht sein, denn die beiden sangen bereits bei der großen Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen im März 2024 den Titel Something Stupid. Dieser kam anscheinend so gut bei der Fangemeinde an, dass Anna und Florian den Song im Tonstudio extra aufgenommen haben. Seit kurzem ist er nun auf allen Streamingplaformen zu hören. Für die Fans kommt dies ziemlich überraschend, so hieß es eigentlich, der feste Show-Moderator würde eigentlich an einem neuen Song mit seiner vorherigen Duettpartnerin Das Wissen Novi arbeiten. Florian Silbereisen, er plant auch weiteren Song mit Beatrice Egli. Es ist anzunehmen, dass Florian Silbereisen und Anna Amakova ihr Duett Something Stupid am kommenden Samstag, den 8. Juni 2024, beim Schlagerboom, Open Air in Kitzbühel performen werden. Im letzten Jahr feierte der Moderator in der besonderen Show in Österreich ebenfalls die Live-Premiere mit seinem Duett mit Beatrice Egli. Das Wissen Novi eroberte sogleich die Feenherzen und brachte die Gerüchte Küche wegen Textzeilen wie du willst es doch auch mit mir, es wirkt so vertraut mit mir. Dir geht es genau wie mir, ich hör sie reden, lass sie reden zum Überkochen. Offiziell sind die beiden Schlager-Stars Single. Während sich Beatrice und Florian über ihren Beziehungsstatus bedeckt halten, zeigen sie sich allerdings ein wenig offener, wenn die Fans um ein zweites Duett bitten. In einer Fragerunde auf Instagram ließ die hübsche Blondine vor kurzem die Bombe platzen. Wir sind an Neuem dran. Aber was es wird, kann ich noch nicht verraten. Welch toll Neuigkeiten! Wir sind gespannt, wann das zweite gemeinsame musikalische Baby von Silbereisen und Egli auf den Markt kommt.